Herzlich willkommen zu Isos Weihnachtsgeschenke-Tipp. Was schenke ich bloß? Nummer 6. Was ich persönlich sehr liebe, das sind nicht nur selbst geknetete Dinge aus Essensresten, sondern Sachen, die jemand mit seinen eigenen knubbligen Händen gemacht hat. Und am aller, 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 allergeilsten finde ich tatsächlich, wenn jemand für mich ein Musikstück einstudiert. Nehmt euch also irgendein Instrument, irgendein Scheißegal und dann mit den Worten, habe ich nur für dich gemacht. Geht's los! 2, 3, 4! Macht was draus und Nerven behalten! Wie seh's!